Hallo, ich bin Thomas. Ich bin Milan. Und gemeinsam machen wir das Projekt Selbstbestimmt Leben. Selbstbestimmt Leben? Was heißt das eigentlich, Thomas? Gute Frage, Milan. Man liest überall Selbstbestimmt Leben, aber was heißt Selbstbestimmt Leben wirklich? Das wollen wir gemeinsam hinterfragen. Und wenn dich das interessiert, dann komm zu uns ins Projekt. Und weil wir Jus sind, wissen wir, was Spaß macht.